Ein Ford Transit Connitz steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Bluetooth, elektrische Fensterheber, Multifunktions-Lenkrad, Freisprecheinrichtung und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 75 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,8 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Schleifte battieren Sie aus! Die mould almارen Sie bei fleißien wurden . Kontaktieren Sie aus!